Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation, Isolation, wer auch immer es wie hören will. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Büro hier von Molly und ich habe eben hier diesen Button gedrückt und wir können in die in die Psychiatric Ward und ich hoffe und ja, 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 mhm. Gut. Ja, witzig, aber die Leichen liegen hier noch, ne? Nein, nein, das ist der falsche Weg. Ich möchte mir aber... Ja, ist doch gut hier. Das ist der falsche Weg. Gut, hier lang. Alter, ist das dunkel hier. Können wir nicht hier irgendwo neu verkabeln? Hm, glaube ich dir. Gut, äh, Kameras machen wir schon mal aus. Beleuchtung an. Sprinkleranlage, das lassen wir mal. So, jetzt haben wir hier wenigstens so eine kleine Not. Ja. Es ist in Ordnung. Ich habe verstanden, dass es tragische Fälle waren. So. Da hat jemand Schach gespielt. Ich würde mich gerne hier in Ruhe umsehen. Hier sehen wir... Was liegt hier? Bierdosen? Ne, irgendwelche Ampullen oder so. Keine Ahnung. Kann man da... Kann man auch nichts machen. Okay, schade. Die Tür hier ist zu und ich sehe wieder rein gar nichts. Das ist der Beruhigungsraum hier. Hier piept auch noch. Irgendwas ist hier auch noch aktiv. Okay, aber es geht im Beruhigungsraum gar nicht weiter. Da, sagt er, war der falsche Weg. Dann gehen wir noch mal hier in die Welcome Area. Und in den Day Room. Hallo, Day Room. Aufwachraum. Ein Tonband. Das ist nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist. Ich habe kein Problem. Kulmen. Ende. Ja, okay. Stuff Quarters. Was ist hier überhaupt? Für ein Geräusch. Wir sind ganz in der Nähe. Von dem Büro. Okay. Ach was. Aber sagen, das ist der falsche Weg, Kollege. Zugangscode haben wir nicht. Eieiei. Die haben hier sogar eine Gummizelle. Guck mal. Es ist ein sonniger Sommertag. Sie befinden sich in einem Kornfeld. Hinter ihnen wird die Ernte eingebracht. Wie fühlen Sie sich? Impfpistole. Ja, das ist Psycho. Was fragst du mich hier für Sachen? Ach Mensch, ich möchte bitte hier mir das Medikit basteln. Und, ähm, ich würde sagen, wir heilen uns auch einfach mal eben. Sicher ist sicher. So, jetzt haben wir gleich wieder ein bisschen Schrott eingesammelt. Der ist auch übel zugerichtet hier. Äh. Revolve auswählen. Okay. Weiter geht's. Können wir jetzt eigentlich irgendwo mal... Von wo komme ich jetzt schon wieder? Äh. Ich glaube, so war es richtig. Ich weiß es schon wieder nicht. Ne, das ist doch der Dayroom gewesen. Mein Gott. Das ist hier ein Irrgarten schon wieder für mich. Da waren wir noch nicht, ne? Oder? Ja. Das war Nurse und Stuff. Ganz genau. Diesen Kommen du eintragen. Gut. Was du mir auch, äh, nicht eher schon mal Bescheid gesagt hast. So. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Gehen wir erstmal hier. Ah. Geht nicht. Ah. Okay. Das, äh, kann ich ja mittlerweile. Ähm. Okay, hereinspaziert. Das ist doch sein Büro. Yes. Hallo. Cool. Das bewegt sich. Okay. Ich denke, wir werden den Zuges Dingens... Ah, da ist noch eine Impfpistole. Und bevor wir dann, werden wir uns sofort, ähm... ...ein weiteres Medikit basteln. Ganz wichtig, auf jeden Fall. So, Revolver. Und dann... Äh, habe ich zur Not auch Zettel und Stift? Wer weiß, was ich mir hier merken muss. Also. Dr. Lingert. Das sieht nicht nach einem Code aus. Hier. Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkante. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Ich habe ja schon relativ viele Schlüsselkante. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkante. Will der mich verarschen? Wie scheiße. Hast du das auch gehört? Oder habe ich jetzt ein paar neue? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich, äh... Haben wir die Schlüsselkarte nicht einfach schon gefunden? Da hinten. Das ist doch eine Verarschung. Ist das doch... Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Okay. Wir sind nicht allein. Wir haben Besuch bekommen. Scheiße. Ohne Witz, ne? Wo muss ich hin? Einfach nur geradeaus. Da ist das Alien. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr's auch gesehen? Das läuft da rum. Oh Gott. Ich darf nicht so hektisch sein. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Ich weiß, dass es nichts bringt. Ich möchte trotzdem eine nachgeladene Waffe haben. Ich glaube, das ist hier immer noch. Da. Da läuft's rum. Man hört das zum Glück ganz gut. Nein! Kann das bitte weggehen? Es kommt! Zumindest ist es vorbeigegangen. Die Tür ist gerade auf uns gegangen. Mann, oh! Ich würde das ja eigentlich gerne aus nächster Nähe sehen, ne? Aber ich, äh... Uh! Und jetzt? Meine Lieben, was machen wir jetzt? Da ist es! Scheiße. Alter, wie gut, dass wir in diesem Schrank geblieben sind. Oh mein Gott. Ist das jetzt weg? Nee, es ist immer noch da. Ich kann hier nicht mehr raus. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid. Obwohl jetzt, glaube ich, kann ich es auf jeden Fall auf dem, äh, Ding nicht mehr sehen. Komm, wir kriechen mal unter den Tisch. Das wäre es auch gewesen, ne? Obwohl ich es hier gesehen hätte. Nice! Endlich! Endlich! Endlich ist es da! Endlich ist es da! Und ich glaube, jetzt wird es wirklich unser ständiger Begleiter hier sein. Und... Ich höre es, aber es hört sich so an. Ich hoffe... Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Scheiße, hier kommen wir auch nicht lang. Wir müssen unbedingt mehr auf diesen Sensor gucken. Und ich hoffe, dass es jetzt echt weg ist hier erstmal. Und ich kann hier... Jetzt echt kaum reden und, äh... Gar nichts kann ich. Gar nichts. Ich kann einfach gar nichts mehr machen. Hier ist irgendwo die Schlüsselkarte. Bestimmt bei der Leiche. Alter, die Musik. Die Musik. Die... Da. Kann ich unter den Tisch? Ich möchte gar nicht in den Sensor gucken. Ich möchte nicht. Nein! Das wollte ich nicht. Fuck. Du solltest eigentlich drin bleiben? Ich... Warum leuchtet das immer? Da unten? Was heißt das? Ist das mein Ziel oder ist das Alien? Das ist das Alien. Es ist das Alien. Oh mein Gott. Was ist hier? Es ist hier schon wieder? Aber ich kann es nicht sehen. Es ist auf jeden Fall nicht bei uns im Raum. Jetzt scheint es sich wieder zu entfernen. Ach. Mein Auge. Okay. Wir sind an der Schlüsselkarte schon wieder vorbei. Also es ist hier irgendwo in dem Gang gewesen. Oh Mann, ey. Da kann ich speichern. Wir gehen speichern. Okay. Ah. Gefahr ist nah. Bitte speichern jetzt. Schnell. Soll ich jetzt aufhören? Oh Gott. Oh. Ich schleiche ganz schnell zurück zum Schrank. Okay. Okay. Sorry. Ernsthaft. Das geht nicht. Da. Oh mein Gott. Natürlich kommt es her. Wir haben richtig Glück. Wisst ihr das eigentlich? Wie viel Glück wir haben? Nee oh nee. Ohne Witz. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich mache einen Cut. Und äh. Das latscht hier immer noch rum. Ich habe gerade überlegt, wenn es jetzt weg gewesen wäre. Hätte ich gesagt, komm. Jetzt ist es weg. Nee, es ist es nicht. Ich hätte dann nochmal versucht, die Schlüsselkarte zu finden. Aber ich kann jetzt auch nicht ewig hier in diesen Dingen bleiben. Läuft dieses Kackteil wieder rum? Da, gegenüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Scheißvieh. Psychopathen-Alien, ey. Da. Ich kann hier nie wieder raus. Oh mein Gott. Nie wieder. Ich, ist das... Ja. Leute, das war's mit mir. Sag mal, wie geht denn das ab? Wie fühle ich mich? Das tra... Das fragst du dich ernsthaft? Fragst du mich ernsthaft? Ist jetzt hier Ruhe angesagt? Ist endlich Ruhe? Das kann ja auch nicht ewig so weitergehen. So, wir gucken jetzt noch einmal um die Ecke. Ich gucke nicht nochmal um die Ecke. Willst du mich hier verarschen, du scheiß Alien? Wie nenne ich die Folge? Auf ewig im Schrank gefangen, oder? Jetzt reicht's mir. Äh. Ja, mir reicht es. Ich mach jetzt wirklich einen Cut. Das Vieh will uns ärgern. Äh. Das läuft hier die ganze Zeit um uns rum. Ich find's nicht witzig. Ich habe noch keine Idee, wie ich hier aus diesem Schrank jemals wieder rauskommen soll. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ah, da kommt's schon wieder, oder was? Was macht es da? Okay, Leute. Ich mach jetzt wirklich Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir entkommen diesem Vieh, ohne dass es uns ausspießt. Und, äh, seid dabei in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Eure Schneckball. Ciao.